Ein halbes Bier. Und ich bin ja schon seit 40 Jahren auf Härte getrogen. Ich bin seit kurzer Zeit auf Bier. Ich habe nicht gewusst, wie es weiter geht, weil nicht alle Leute sterben. Und kurz bevor ich gestorben habe, habe ich nur einen Job gesagt. Und ich habe mich so lange dort gesagt... Irgendwann habe ich mich hingesetzt, wollte ich meine Gitarre nehmen und rufe ein Lied. Und ich habe gesagt, für wen denn? Die sollen sterben? Ich sehe mir das dann selber vorher. Ich schaue mir um in den Spiegel. Ich sage, schön, dass du da bist. Es gibt da oben, die machen das. Ich schaue in den Spiegel und sage, schön, dass ich heute nicht alleine bin. Und beide wohnen in einem Spiegelzimmer. Da sind 40. Spiegelbilder. Und ich sage, super, feiern wir eine Party. Und ohne Pasche, gut. Oh, schön, 40. Da musst du schon eine Fantasie haben. Weißt du schon. Da darfst du nicht Innenminister werden. Jetzt muss ich euch was erzählen. Ich habe leider nicht dabei, weil ich sage, ihnen selbst verstanden. Da ist mein Führerschein drinnen. Ich habe gehört, dass das irgendwie ein ganz wichtiges Teil ist. Für dich da draußen. Das ist ein Führerschein. Das ist ein Führerschein.